ja hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen tutorial von mir in diesem video möchte ich mit euch in die spiele programmierung unter zwift 3 einsteigen was wir hier programmieren wollen in den nächsten videos ist ein kleines fahrerspiel autofahrerspiel hier das sieht dann so aus dass ihr hier ein auto habt und ihr fahrt damit schön auf der autobahn und wie ihr seht kommen euch nur verrückte entgegen nur geister fahrer und ihr sollt halt diesen fahrern gekonnt ausweichen und wenn ihr das nicht macht also wenn ihr das verpennt dann passiert nämlich folgendes es gibt hier an knall und game ist over das ist hier unser kleines spiel hier also jetzt war ich nicht etwas wahnsinnig aufwendiges hier aber doch für einsteiger durchaus anspruchsvoll das gewicht hierzu daher ist das jetzt auch nicht für komplette swift neulinge hier geeignet aber sofern ihr zumindest etwas hier erfahrung gesammelt habt mit der swift 3 programmierung denke ich schon dann könnt ihr hier diesem tutorial hier folgen und ihr seht hier lauter sprites die habe ich hier nichts zum download bereitgestellt weil ich der meinung bin dass es hier im internet da gehen wir jetzt mal schön hin super viele car sprites gibt die man auch komplett frei herunterladen kann also ihr müsst ihr bei google nur für die car sprites angeben und oder eingeben in die suchmaske und ja also da findet ihr jede menge sprites ich finde es darüber hinaus sehr viel besser sogar wenn ihr solche sachen auch mit eurem zeichen programm auch selbst erstellen könnt und ja ich benutze hier auf meinem ipad pro hier das programm pro create und ja aber falls ihr hier sprites hier von der webseite herunterladet die ihr gut findet dann finde ich es immer ganz gut wenn ihr dem entsprechenden entwickler auch einen kaffee spendieren könnt mit einer entsprechenden paypal option hier also das ist ja hier so das was ich euch hier vorschlagen und ja darüber hinaus habt ihr ja vielleicht wenn ihr aufmerksam zugesehen habt ihr auch eine explosion hier beim crash hier gehört auch das ist hier ein sound file gewesen dass ich hier aus dem internet frei heruntergeladen habe und ja ihr könnt natürlich ein beliebiges andere sound fall nochmal den simulator mal weg hier sound fall hier herunterladen und nur achtet bitte darauf dass die entsprechenden falls die sound falls auch nicht zu groß sind denn sonst ist der code den wir hier für die sound falls hier programmieren werden nicht besonders geeignet also hier habe ich noch mal hierację hier den crash hier crash ones are ceux ein kleiner knall und mehr nicht und das werden wir verwenden und ja und das soll es zum einstieg erstmal als orientierung gewesen sein legen wir einfach mal los mit einem game hier also ihr seht hier also mit einem neuen Projekt. Ihr seht, anstelle einer Single View Application, die wir sonst immer verwenden, klicke ich hier Game an, auf Next und nenne jetzt meinetwegen dieses Spiel The Driver. Ihr seid der Fahrer hier und worauf ihr achten solltet, ist, dass ihr als Game Technology Sprite Kit verwendet. Das ist hier für 2D-Spiele geeignet und dann gibt es darüber hinaus noch Scene Kit. Da werden wir mit Sicherheit auch noch das eine oder andere Tutorial hier machen, aber in diesem ersten Video Sprite Kit, dann das hier braucht ihr alles nicht, hier auf Next und dann speichern wir ganze mal schön hier in Übung macht den Meister, so habe ich den Ordner hier genannt. Und ihr könnt natürlich das an beliebiger Stelle auf eurem Rechner abspeichern. So, und dann sind wir hier auch mitten drin im Projekt. Gehen wir mal hier zu Game Scene. Wenn ich hier folgendes mache, also wenn ich hier den Play Button hier drücke, also für die Leute, die jetzt zum ersten Mal ein Spiel programmieren, die werden hier ja hier ein bereits fertiges Projekt hier ja zu sehen bekommen, dass Apple für uns bereitstellt. So, und wie immer, ihr kennt das ja, warten wir auf den guten alten Simulator, ja, läuft und läuft und während er läuft, ja, kann ich hier mal so hier die Dateien hier nochmal, also hier ist die Game Scene als SKS-Datei, das ist so das, was, ja, so wird die App aussehen. Hier, so, jetzt sind wir ja, der Simulator ist fertig und hier werden wir präsentiert mit dem Groß Hello World und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann passiert jetzt folgendes, dann erscheinen hier so schöne Figuren, nun gut, der Simulator hier, also da funktioniert es, ja, es funktioniert zwar mit einer kleinen Zeitverzögerung, aber gut, das ist nun mal der Simulator, gut, also das ist das, was Apple uns hier bereitstellt, brauchen wir nicht, denn wir wollen ja hier unser Driver-Spiel hier machen, ich markiere hier in GameScene.sks hier das Hello World Label, drücke auf die Return-Taste und lösche es, dann, was ich noch mache, ist, hier seht ihr, wenn ihr rechts schaut, hier in der Leiste, seht ihr hier den Eintrag Anchor Point, das ist hier dieses Kreuz und dieses Kreuz symbolisiert den Ursprung des Koordinatensystems, denn wenn wir Objekte hier in unserer GameScene positionieren, dann beziehen wir uns hier auf die Koordinaten und, ja, es ist hier so, dass hier in der Waagerechten, also rechts hier, sind dann halt die positiven x-Werte, hier wären die negativen x-Werte, hier sind die positiven y-Werte und, wenn man runter geht vom Ursprung aus, dann erhalten wir die negativen y-Werte, es ist also wie in der Schule oder wie in der Uni, was ich jetzt aber mache, ist, ich setze hier den Ursprung des Koordinatenkreuzes ganz woanders hin, nämlich hier in die linke untere Ecke, also ob Anchor Point 0, 0, das sind die Werte, die ich hier eingebe und das verschiebt hier den Ursprung des Koordinatensystems hier links unten, so dass ich also hier, falls ich hier, das werden wir auch machen, also wenn wir hier Objekte hier positionieren in unserer GameScene, dann arbeiten wir hier vorrangig hier mit positiven y-Werten und positiven x-Werten. Das vereinfacht hier in diesem Fall ganz einfach hier die Positionierung der Objekte. Okay, ich gehe jetzt hier weiter in den GameScene, in die GameScene-Swift-Datei und, also wir haben hier allerhand Code, den benötigen wir gar nicht, ich lösche das hier daher mal weg, OverrideFunk, das ist die, OverrideFunkDidMove, das ist die einzige Funktion, die wir zunächst einmal in Anspruch nehmen, alles andere lösche ich, also inklusive hier der Update-Methode. So, ja, damit hätten wir schon fast eine jungfräulich reine freie Datei hier, Swift-Datei und, so, jetzt haben wir einfach nur, ja, nichts, also eine schwarze Fläche, das soll nicht dabei bleiben, denn, ja, wir wollen jetzt hier mit der Programmierung beginnen. Was brauche ich denn, wenn ich hier ein Car-Game hier habe? Ganz einfach, ich brauche als erstes eine Straße und, ja, dementsprechend lege ich hier eine Funktion an, FuncSetupSidelines, das sind die Seitenstreifen links und rechts, die möchte ich hier kreieren, in dieser Funktion und diese Funktion, ja, wird natürlich aufgerufen in der DidMoveToView-Methode. DidMoveToView, das ist die erste Funktion, die beim Laden der Zähne ausgeführt wird. So, und, ja, was wir hier brauchen, ist erstmal eine, also hier, gehen wir nochmal nicht ziehen, hier einen linken Seitenstreifen, hier einen rechten Seitenstreifen und dann haben wir, ja, bin Wundernatz, in der Mitte die Mittelstreifen, ne, okay, left, left, line, ist gleich, sk, shape, node, und da wähle ich Vect of DC Size und die Breite soll 30 sein und die Höhe ist, ja, entspricht der Höhe der gesamten Zähne, also self. frame, size, height und die Position des linken Seitenstreifens ist hier left, line, position, ich glaube, das funktioniert hier nicht, ich glaube, hier fehlt noch eine runde Klammer, left, line, position ist gleich cg, point und die Position ist für den x-Wert 0 und für den y-Wert self.frame size height durch 2 left, line, stroke, color, das gleich, sk, color, Punkt, das nehmen wir da, also wir könnten jetzt weiß verwenden, aber, mein Gott, warum soll man das nicht farbenfroh halten, mein Ding, orange, ne, left, line, stroke, color, ist orange und left, line, fill color nochmal genauso, sk, color, und orange, und, ähm, setze ich auf minus 1, also die, äh, z-Position, oder z-Position, amerikanisch ausgesprochen, ähm, ähm, gibt an, ähm, ähm, ja, ähm, 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 ja, ähm, ja, ja, was gibt sie denn an, wie kann man das erklären, also, wenn ihr hier die x-Achse habt, hier die y-Achse, dann müsst ihr euch, ähm, die z-Achse so vorstellen, das ist die Achse, die, ähm, jetzt, ähm, ja, hier senkrecht aus dem Bildschirm herausragt, auf euch zukommt, sozusagen, ne, und wenn wir hier, ähm, die, ähm, die, äh, z-Position auf minus 1 setzen, dann, ähm, 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 äh, setze ich, äh, den Streifen etwas zurück, das ist aber nicht sichtbar, sondern, ähm, ähm, verhindert halt nur, dass halt dieser Streifen hier, ähm, 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 äh, mit anderen Objekten kollidiert, ne, so, wenn wir das hier alles haben, dann self.addchild und leftline so, jetzt bringen wir das mal zum Laufen und sehen, was wir haben ja, da haben wir hier den linken Seitenstreifen, nur finde ich also wirklich diesen iPhone 7 Plus Simulator grauenhaft, also wirklich grauenhaft, deswegen verwende ich künftig jetzt hier den iPhone 7 Simulator, gut, ähm, ach, wir können hier eigentlich auch eine andere Farbe 7 nehmen, also irgendwie das Orange gefällt mir nicht, aber gut, viel rummachen werde ich jetzt auch nicht mit den Farben, ihr könnt das natürlich viel besser hier, und, ähm, nehmt euch da mehr Zeit, um euch die Farben vernünftig auszusuchen, oder nach eurem Gusto auszusuchen, okay, leftline, und, äh, wir brauchen auch noch hier einen rechten, Seitenstreifen, ich kopiere das Ganze, das ist natürlich nicht ganz ohne Gefahr, denn beim Kopieren passieren die meisten Fehler, gut, natürlich, leftline, ähm, wird ersetzt durch white line, das hier kann so bleiben, leftline position ist dann hier, ähm, allerdings hier, ähm, das ist self, frame, size, width, das befindet sich also jetzt hier auf der rechten Seite, das hier bleibt, das hier bleibt, white line, und, ähm, okay, jetzt tun wir das nochmal zum Laufen, Schauen wir mal, so, so, der iPhone 7 Simulator sieht wesentlich, ja, besser aus, also irgendwas funktioniert hier nicht mit der sideline, was habe ich hier falsch gemacht, ich hab hier etwas, ähm, Moment, beim Kopieren ist hier self, durch zwei, Moment nochmal, was war das hier, also es ist ja schon kurios, ne, ich hab euch gerade vor wenigen Sekunden davor gewarnt, ähm, so einfach drauf los zu kopieren, weil, ähm, ja, beim Kopieren, äh, die, ähm, ja, Fehler nun mal passieren, ähm, was mache ich, natürlich mache ich einen Fehler, und zwar nicht nur einen, sondern sogar eine ganze Reihe von Fehlern, denn, ähm, white line ist ja schön und gut, aber ich muss ja hier auch hier diese, ähm, ähm, diese, ähm, diese, ähm, diese, diese Streifen umbenennen, und zwar hier, left line, nein, hier kommt nämlich auch white line, ja, das, also, wie gesagt, ich hätte das jetzt hier, äh, ganz neu aufnehmen können, hier, aber, ähm, ich finde es ganz gut, ähm, wenn ihr aus Fehlern lernt, und wenn ihr aus meinen Fehlern lernt, umso besser, white line, und, ähm, ja, hier auch wieder, white line set position, und add child white line, naja, das haben wir wenigstens richtig hinbekommen, ne, so, jetzt noch einmal, white line, und, jetzt, ähm, jetzt sollte es funktionieren, aber wenn es jetzt nicht funktioniert, ja, dann, ähm, dann, ähm, muss ich nochmal neu ansetzen, aber, sollte klappen, das, das ist es nun mal, ne, kopieren ist, äh, die Fehlerquelle Nummer 1, und jetzt, ja, jetzt haben wir die beiden tollen Seitenstreifen, mit Ach und Krach, gut, okay, wunderbar, was natürlich fehlt, ist jetzt hier ein toller Seitenstreifen, äh, äh, Mittelstreifen, Seitenstreifen haben wir ja, und hierfür verwende ich hier eine eigene Funktion, Anfang, ähm, wie nenne ich das, create, road strips, dann, man will, ne, create road strips, und, ähm, so, und, um halt, ähm, so was wie eine Illusion von Bewegung zu erzeugen, ähm, ähm, brauche ich auch noch hier einen Timer, war, äh, road, strip, timer, hier, timer, und, den Timer, hier rufe ich auf, hier in der Funktion, Funktion, did move, damit du mal, road strip, timer, ist gleich, so, und time interval, das können wir hier, setzen auf, ähm, 0.3, target itself, selector, create, road strips, user info, braucht man nicht, also nil, und repeat, true, so, und jetzt, gehen wir hier in die Funktion, und, let, road strip, das gleich, das ist wieder ein, sk, shape node, road, red off, easy size, nutz breite, lege ich jetzt mal, 10 fest, und, höhe soll, 100, betragen, wenn euch andere werte gefallen, dann, eben, andere werte, so, und die, road strip position, so, und die, road strip position, ist immer ein, c, g, point, und, da sich das ganze in der mitte befindet, gebe ich hier ein, self, frame, width, ne, size width, durch 2, und, hier auch, self, frame, size, height, durch 2, und, der mittelstreifen soll weiß sein, also, road strip, stroke color, ist gleich sk color, white, road strip, fill color, ist gleich sk color, white, und, auch, hier wieder, road strip, set position, auf, minus 1, self, add child, road strip, und, jetzt, sorge ich für die bewegung, ich will, dass ich halt, diese seiten streifen, bewegen, und, dafür, definiere ich erstmal ein, let animation, das ist ein, time interval, und, das soll jetzt hier 6 sein, und, diese werte, sind übrigens, keine werte, die mir jetzt hier, die englein, im schlafe, mitgeteilt haben, sondern, die habe ich, herausgefunden, durch ausprobieren, und, wenn ihr, durch ausprobieren, andere werte, besser findet, dann, fühlt euch, vollkommen frei, zu tun, und zu lassen, was ihr wollt, und die, zeiten auch anders zu setzen, und auch hier, breit und höhlen anders zu setzen, also, das ist euch überlassen, so, an action array, das gleich, hier ist es, action array, und, action array append, und, hier haben wir, action, move, und, diese seiten, diese mittelstreifen, sollen sich, nach unten, bewegen, und zwar, road, strip, punkt, size, ne, frame, frame, punkt, frame, um, size, mein Gott, right, duration ist hier, das animation duration, also, die erklärung ist die, ähm, die zeiteinheit, hier sind, sechs sekunden, und, äh, ein einzelner, streifen, soll also hier, ähm, also, von hier, von, ne, hier startet das ganze, äh, soll sich also hier, innerhalb von, äh, dieser zeitspanne, die wir angegeben haben, äh, nach unten, bewegen, und ich möchte, halt, um, äh, auch die performance, hier, ähm, ja, zu garantieren, und nicht, äh, ja, platt machen zu lassen, hier, ähm, dass ich, äh, dass ich halt, diese road strips, dann halt, ähm, sofern sie hier aus der Szene draußen sind, aus der sichtbaren Szene draußen sind, dass sie dann halt wieder entfernt werden, deswegen hier eben dieses action array, also bewegungen, ähm, laufen hier mit, sk action, und, äh, ich brauche dafür noch ein, äh, sk action, also, append hier, und, remove, from parent, so, und dann bringe ich das ganze hier zum laufen, indem ich hier road strip, run, the action.sequence, action array, so, road strip, das war's, glaube ich, und wenn ich jetzt keinen großen, groben Fehler gemacht habe, sollte es tatsächlich laufen, funktionieren, funktioniert nicht, so richtig, und wir werden uns mal anschauen, warum das hier nicht funktioniert, das ist hier blöd, mit dem animation duration ist quatsch, das setze ich nämlich hier auf, ähm, 0.8, nein, also 8 Sekunden sind totaler Blödsinn, ähm, 6 Sekunden sind auch Blödsinn, so, was habe ich hier gemacht, dass es nicht geklappt hat, die Mitte war schon richtig, nein, jetzt self frame size height, nein, 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 das beginnt ja in der Mitte der Zähne, die sollen aber von ganz oben runter kommen, also durch zwei, das kann ich schon mal weglassen hier, und jetzt bringe ich das ganze noch einmal zum laufen, ihr seht also, ähm, wenn Dinge nicht funktionieren, dann ist das ganz normal, vollkommen normal, nur, ähm, man muss sich als Programmierer immer wieder, ähm, in den Code einarbeiten, den Code nochmal vor Augen führen, und dann halt die Fehler herausfinden, das ist unabhängig davon, ob ihr hier, ähm, ja, schon Einsteiger seid, oder, ähm, schon etwas Fortgeschrittene, oder, ob ihr hier Profi-Programmierer seid, das ist immer dasselbe, Fehler machen gehören, gehört einfach dazu, und, ähm, wir haben die Aufgabe, halt als Programmierer, unsere eigenen Fehler herauszufinden, und dann halt zu beseitigen, ja, jetzt haben wir es doch, ne, jetzt, äh, es läuft hier so, ähm, ähm, ja, ein bisschen verzögert ab hier, im, äh, Simulator, das liegt nun mal am Simulator, aber was wir hier sehen können, ist, dass wir hier nicht nur einen linken und seiten, äh, rechten Seitenstreifen haben, sondern tatsächlich hier, auch, ähm, diese, diese Mittelstreifen hier erzeugt haben, und jetzt brauchen wir einfach nur noch ein Auto hier auf die Fahrbahn zu setzen, und, ähm, schon, ähm, haben wir auch, ähm, die Illusion einer Autofahrt hier, das machen wir, also, das mit dem, ähm, Sprite, noch mit dem Auto, das programmieren wir halt im, ähm, nächsten Tutorial, aber jetzt haben wir schon mal eine Straße hier erzeugt, und das ist auch schon mal ein toller Anfang, ne, Okay, dann, ähm, hoffe ich, dass euch hier dieses Tutorial Spaß gemacht habt, nicht habt, sondern hat, mein Gott, die Versprecher, ähm, werde ich auch nicht los, aber gebt mir nun mal einen Daumen hoch, so als, ähm, ja, Rückmeldung, dass, ähm, ne, man freut sich eben drüber, ne, abonniert meinen Kanal, um weiter auf dem Laufenden zu bleiben, denn, ähm, ja, ich sehe schon zu, dass ich hier, ähm, so oft wie möglich Tutorials hochlade, aber ich kann nie vorhersehen, wann ich, äh, diese Zeit dazu habe, aber sobald ein neues Video von mir erscheint, dann werdet ihr von YouTube entsprechend, ähm, über eine, ähm, E-Mail dann benachrichtigt, deswegen abonniert meinen Kanal, würde mich sehr freuen, und es würde mich sowieso sehr freuen, wenn ich euch im nächsten Video wiedersehe. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen, dann bis zum nächsten Mal, Tschüss.